Neues Kapitel und ab geht's. Und mit diesem Teil hier dürfen wir auch gleich dann selber fahren. Wir müssen nämlich hier jetzt auch auf verschiedene Inseln sozusagen. Ah. Naja, so erstmal die Karte wieder einblenden. Was ist das denn? Das hier ist eine Tafel der Bestie. Und hier haben wir nichts. Wie war das jetzt nochmal? Achso, nein, ich will es nehmen. Ich möchte dir keine Befehle erteilen. Begutachten, die Leiche... Mir einfach Befehle erteilen hier. Ja, so bin ich, ne? Die Leiche eines BSAA-Agenten. Eine Tragödie. Im PDA ist eine ungesendete Nachricht. Bericht. Okay, ich klicke das jetzt einfach mal durch. Wer sich das durchlesen möchte, der kann das gerne tun. Jetzt holen wir halt Pause drüben. So, genau. Oder da ist noch was. Ein Käfer. I-git-i-git. Aber vielleicht was wert. Man weiß es nicht. So, und jetzt müssen wir irgendwo hin, hier auf der Karte, hier um die Ecke links irgendwo. Das heißt, wir müssen jetzt fahren hier. Genau. Again. Ich weiß es gar nicht genau. Wir können auch tauschen. Ich werde jetzt mal fahren. Genau, ich schieße. So, hier so können wir den Turbo einlegen. Naja. Nie Turbo. Turbo, mäßig, aber... Wuhu, wuhu. So, Moment. Genau, hier können wir anlegen. So. Und hier haben wir auch mehr oder weniger unser Ziel. Also hier müssen wir später hin. Und hier müssen wir nämlich diese Tafeln einsetzen. Ja, Stücke einsetzen. Damit der geheime Mechanismus ausgelöst wird. Risch. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch hier irgendwas tun müssen. Also wir haben hier... Ah, genau. Wir können jetzt die Tafel der Beste schon mal einsetzen. Kontrollpunkt ist immer gut. Und untersuchen sieht so aus, als könnte hier etwas hineinpassen. Das ist immer so intelligent, was die so sagen. Und wir haben jetzt diese Kreuze hier auf der Karte. Und zu den Punkten müssen wir hin. Und da sind dann die verschiedenen Tafeln, die wir halt hier einsetzen müssen. Okay. So. Auf geht's. So, wo fahren wir zuerst hin? Fahren wir hier so im Uhrzeigersinn rum? Ja, ja. Einfach im Uhrzeigersinn. Ja. Müssen wir hier irgendwie rüber? Jetzt muss ich nochmal gucken, wie wir hier durchkommen. Äh, sind wir die grünen? Ja, wir sind grün. Okay. Ja, war ich jetzt etwas verwirrt? Ich glaube, hier sind jetzt noch keine Gegner. Da hinten ist ein Fisch. Ja, oh mein Gott. Er könnte uns töten und uns anspringen. Er wird mir als rot angezeigt. Genau wie dieses Boot. Können wir aussteigen? Ja, mir wird ja nichts rot angezeigt. Naja, du hast ja festgestellt, dass das bei dir ein bisschen anders aussieht auf dem PC, aber... Hier ist noch... Ach, gewerblich. Ja, also ich habe einfach ein Fadenkreuz. Das ist bei mir einfach, ähm... Ja, so ein Kreis mit einem Kreuz drin. Anstatt einem Laserpointer-Ende. Hier haben wir noch ein Dokument. Und durch Schießen auf den Gegner können sie vorrücken und ihn direkt bekämpfen. Ach, nee. Schusswaffenlose Nahkampfattacken sparen Munition und richten schwere Schäden an. Ach, echt? Gut, okay. Wir können haken. Wir können eine Gerade schlagen und einen Aufwärts haken. Okay, das war jetzt nur mal noch so ein bisschen... Ja, die Salto-Aktionen hier. Salto-Aktionen? Wo sind Salto-Aktionen? Also, ich kann ein Salto machen. Das ist mein Aufwärtshaken. Ach, so. Ah, hier können wir auch noch was untersuchen. Er ist immer noch heiß, wofür er wohl benutzt wurde. Okay. Das klingt falsch. Äh, stimmt, ja. Wenn du wieder denkst, ist ja unglaublich. Hier hast du schon alles kaputt gehauen, wie ich sehe. Ja, ich habe schon alles geplündert. Du bist schon mal wieder schneller als ich hier unterwegs. So. So. Jetzt habe ich volle Pistolen-Munition. Menno. Äh, so. Hier noch was. Hier ist noch Pistolen-Munition. Die habe ich voll. Das ist nett. Dann nehme ich mir die. Ich kann noch was aufnehmen. Was? Was machst du denn? Ach, du bist hier hoch. Hilf mir hoch. Na gut. Bin ich ja nicht so. Hast du ein schönes Versteck entdeckt? Was kriegen wir denn? Ah, die Tafel. Und das war natürlich das Stichwort für die netten Eingeborenen. Sie haben es natürlich gehört, wie ich das aus der Kiste geholt habe. Klar. Logisch. Und bei denen mit den Speeren muss man tierisch aufpassen. Äh, ich möchte auch hier hoch, bitte. Wie kann jemand das tun? Oh shit, oh shit, oh shit. Kann ich das überhaupt? Nein, kann ich nicht. Das ist ja das Problem. Können die den Speer auch werfen? Ich glaube nicht. Dann bin ich hier oben ja relativ. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, die haben auch noch Schilde. Ja. Uh, 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 uh. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Oh, ich bin richtig schön am Arsch hier. Scharfschützengewehr. Oh, die können die Speere werfen. Ja, habe ich schon gesagt. Habe ich nicht gehört. Ich kann hier einfach nur im Kreis. Ja, sehr gut. Du machst das gut. Ich finde das klasse. Hey, langsam. Freunde. Nicht so hurtig. No, 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 no. Ich schieße einfach mal ein bisschen und laufe. Wow, was bist du denn? Nein. Uh. Hihi, durchgebackt. Tiki, tiki. Ja, ein bisschen eklig war. Nein, du sollst rüberspringen. Oh mein Gott. Das ist so aufregend. Oh, kacke. Lad schneller nach. Ah, wenn man die einfach mal so abknallen könnte. Oh, kacke. Schnell vorbei. Was ist denn das jetzt für unten hier für ein Heini? Sieht ziemlich eklig aus. Oh, scheiße. Ich habe keine Munde mehr. Aber ich glaube, du hast den. Nein. Nicht. Ach, ich kann ihn noch nicht mal hauen. Leider. Na, ich muss nachladen. Ne, er ist hinüber, aber da ist noch einer. Da ist noch einer. Äh, okay. Na, du kriegst wieder die... What, what, what? Einer noch. Da hinten kommt noch mehr. Aufwärtshaken, Bitch. Stop. Ähm, da ist noch einer. Ja. Aber jetzt hat die Musik aufgehört. Ich vermute mal, das bedeutet was Gutes. Oh, hier ist Gewehrmunition für dich. Die brauche ich jetzt dringend. Ja. Deswegen sag ich's ja. Boah, diese blöden Mistviecher. Oh, da vorne ist noch... ...ne Granate, ein bisschen Gold. Und ich glaube... Äh, willst du mal neben mich stehen? Ich würde mich mal einsprühen mit Gesundheit. Klärsche. Kann ich schon machen, ja. Äh, ich will ja nicht nur den Partner heilen. Ich will ja mich auch heilen. Äh, hallo? Achso, geht auch so. So, dann sind wir wieder voll. Also, mit Gesundheit. Mhm. Äh, gut. Ähm, nachladen. So. Also, auf der Map ist noch irgendein Dokument verzeichnet. Oh mein Gott. Ach, da liegt ja was. Wo, wo, wo? Aha, ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch. Achso, die. Das ist das mit dem Haken. Wo steckst du denn? Sieht auf der Map relativ witzig aus. Ein leeres Textdokument. Haben wir alles? Ich möchte noch ein Stück Fleisch mitnehmen. Achso. Waren wir jetzt hier hinten komplett... Äh, hier ging's ja nicht mehr weiter. Das war ja einfach nur dieser Rundkurs. Mhm, ja. Dann dürften wir eigentlich fast alles haben. Hier ist noch eine Vase, die ich zerstören möchte. Oh, und sogar ein bisschen Gold und Geld. Können wir gut gebrauchen, wenn wir uns wieder mal was kaufen wollen und unsere Waffen mal wieder ein bisschen upgraden wollen. Ja. So. Dann grasen wir mal. Oh, ein Huhn, ein Huhn. Töte es! Huhn. Es greift mich an. Nee, kann ich das Huhn nicht töten. Okay, so. Wo sind wir jetzt? Hier oben dann... Nein, wir müssen nach links. Ach, immer diese blöde Karte. So. Wo müssen wir da hin? Irgendwie hier runter. Jetzt muss ich hier nur einen Eingang finden. Ja, rechts, rechts. Würde ich da dran vorschlagen. Und dann rechts, links, so. Ah. Wünschen, das ist zu viel. Nein. Ganz locker bleiben. Kontrollpunkt, ich lese das gerne. Oh, ähm, ich glaube, hier muss man ein bisschen aufpassen, weil hier sind Krokodile im Wasser. Ähm, dann nehmt ihr Schrohle, Fünfte. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ey, Krokodile. Ja, man kann von denen ganz gut... Wo sieht man die? Äh, ja, da. Oh, oh. Wenn du denen nicht zu nah kommst, dann machen sie auch nichts. Ich hab auf ihn geschlossen. Das war negativ, oder? Das war nicht so gut. Nein, nein, interessiert ihn gar nicht. Scheiß Alligator. Ah, toll. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Nein, da ist noch einer. Lauf doch einfach. Oh, hinter mir ist auch einer. Äh. Ja, ich darf ihnen ja nicht zu nah kommen. Ich hab keinen Bock gegessen zu werden. Oh, scheiße sind das viele. Fuck, davon ist noch einer. Crap. Äh, noch einer. Kann ich hier durch? Nein. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah! Oh, shit, ich... Oh, du bist tot. Ich dachte, mich hat doch jetzt gerade keiner erwischt. Ach, jetzt wurde ich gegessen. Oh. Kann man die denn nicht töten? Na, ich glaube, es ist besser, an ihnen vorbeizurennen. Nur die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich... Also, wir müssen ja hier zu den Häusern irgendwie. Und hier hinten rum kann man auf jeden Fall gehen. Aber da ist eine Lücke, aber da kommt auch so ein Krokodil raus. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es Krokodile oder Alligatoren sind. Man mag mir diese biologische Unkenntnis verzeihen. Äh. Ich glaube, es sind Krokodile, weil Alligatoren sind kleiner. Ich will nicht gegessen werden. Nein, 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 nein. Lauf mir schnell hinterher. Renn! Achtung, da vorne kommt auch gleich einer, glaube ich, raus. Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Kann man nicht hier irgendwie irgendwo... Wir werden umzingelt von Alligatoren. Ich habe keinen Bock, gegessen zu werden. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Hier ist eine Leiter, hier ist eine Leiter. Klettere! Schnell! Ich eile, ich eile. Ich bin da... Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, okay. Der Rückweg wird lustig. Ah, hier ist eine Pflanze. What the fuck? Uh, uh, scheiße! Ah! Ich habe gleich mal wieder ein paar Typen rausgelockt. Super geil. Und du bist wieder mit der Schrotflinte unterwegs. Ich sehe das schon. Ja. Hier sind aber noch nicht TUT. Nein. Ah! Ah! Ich bin fort mit dir, du ekeliges... Ah, oder so. Nein, der ist wirklich hinüber. Ah, hier gibt es auch noch so schöne Eier einzusammeln. Ähm, die kann man auch essen, die geben auch Gesundheit und sie geben, glaube ich, auch noch ein Achievement. Ich bin allerdings voll. Ich auch. Ich kann nichts mehr mitnehmen, ich kann auch nichts mehr kombinieren. Ach, kombinieren könnte ich noch gucken? Ähm, nein. Schade. Na gut, dann müssen wir das Ei liegen lassen. Klingt jetzt auch irgendwie falsch, aber egal. Ein Ei liegen. So, da vorne ist das Ding und wenn ich das jetzt aufmache, wird wahrscheinlich wieder... Oh, schon vorher was passieren. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ach, du schon wieder. Gewehrmunition für dich. Das ist sehr positiv. So, Schrotgewehrmunition für dich. Das ist auch sehr positiv. Das ist ja wie alles voll unfair. So, ich werde das jetzt öffnen. Bereite dich schon mal aufs Schlimmste vor. Mhm. Ich nehme die Tür. Die Tafel des Raubvogels haben wir. So schlimm war es jetzt aber nicht. Oder auch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wir müssen ja erst wieder in Krokodilen vorbei, ne? Gab es denn da keinen Speicherpunkt jetzt? I don't think so. Scheiß Krokodile. Alligatoren, was weiß ich, was für Viecher heute. So mehr war ja hier nicht. Oh Gott, ich will hier nicht runter. Es wird tödlich werden. Er hat sich sowas dann ausgedacht. Achtung, Achtung, gleich vorne. Renn, 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 renn. Ja, da war noch ein Rubin, aber den habe ich jetzt mir mal geklemmt einzusammeln. Das ist mir jetzt so egal. Komm, schnell, schnell. Renn, 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 renn. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Bitte. Renn, renn, renn. Vielen Dank.